Willkommen und hallo bei einfach singen lernen. Das Thema heute einfach Gesangstechnik. Um auf Dauer frustfrei zu singen, wirst du eine Technik benötigen, die für dich funktioniert und Spaß macht. Egal wie diese Technik heißt, von wo sie kommt, ob du studierst, in eine Musikschule gehst, einen Coach wie mich an deiner Seite hast oder dir lieber alles selbst erarbeitest. Wenn du das, was du sagen möchtest, in einem Song mit deiner Stimme frei und nachhaltig ökonomisch ausdrücken kannst, dann funktioniert deine Gesangstechnik. Wie kommt man dorthin? Ich empfehle dir zu Beginn, folgende drei Grundelemente genauer zu betrachten. Erstens, wie kannst du schnell, einfach und entspannt Luft einatmen und das auch in gestressten Momenten. Zweitens, wie kannst du dich während dem Singen am besten unterstützen, um die soeben eingeatmete Luft so gut und angenehm wie möglich bei dir zu behalten. Und drittens, wie kannst du all die gewünschten Klänge erzeugen, ohne dabei zu verspannen. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, Techniken und Ansätze. Mach dabei am besten keine Abkürzung. Es lohnt sich gerade zu Beginn etwas Zeit in diese Grundlagen zu investieren. Mein Name ist Andreas Häuser. Ich bin Vogelcoach und wenn du es willst, bald auch deiner. Hol dir gleich in der Videobeschreibung den Link zu einer gratis Schnupperstunde und wir finden gemeinsam heraus, welche der Grundlagen bereits bei dir funktionieren und wo du noch etwas Unterstützung benötigst. Trag dich ein zu meinem Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Abonniere meinen YouTube-Kanal und wir sehen uns. Bis bald, dein Andi.